Die hängt immer noch, Abstand ungefähr 500 Meter. Ist jetzt in Rolf, ey? Nee, ja, ja doch. Aber ich bin tief. Ach nee, da ist jemand anderes, der hat oben gesteckt. Ich bin gleich an den Klippen dran. Brauch nicht mehr lang. Wo kommen die Klippen? Da muss er höher werden. Da treche ich jetzt drauf zu. An welchen Klippen? Manu, Entschuldigung. Ganz höchste, natürlich. Okay. Ich fliege da nicht zu den englischen Klippen auf Deck. Ich bin noch nicht bescheuert. Warum fliegst du da zu den englischen Klippen? Ah, ich seh dich. Hab dich. Ich seh dich auch auf meiner 12 Oberhalt. Ich könnte dich gebrauchen, ja. Bittu geht aus. Ja. Ich bin aber noch ein Stück weg. Ich komme von deiner neuen rein. Ich treu euch mal an, gehen wir ein bisschen über Lisa, dann müsste man näher an den Klippen. Nee, du müsstest Rolf ziehen von da aus. Victor, ich Rolf. Berno, ich hab's nicht auf dich. Ich bin genau über euch. Ja, auf rein mit dir. Der lässt dich locker. Ja, da statzt schon mal jemanden rein. Ja, das ist wie du. Alles klar. Ich bin noch ne Hörigste. Ich steige jetzt. Ich bin zu ihm in das Klippen. Ja, das bringt zu Ricks. Ihr sollt nicht boom und zoom, man. Ihr sollt einfach mal vor den Bremsen und den abschießen. Einfach gesetzt. Ja, und wieder raus. Toll, das hilft mir nicht. Nein. Naja, wenn wir rein püssen, ist es hoffentlich da. Danke. Machst du noch was? Wie Ende, ja, ja. Aber... Machen wir dann was gemeinsam, oder eins zu eins wird es jagen? Ja. Das habe ich so überführt. Vorsicht, du kriegst jetzt sechs. Ja, ja. Jetzt die Fall ist Mahn, aber es ist nur Sprit. Klügel, wegzunehmen. Wahnsinn, ist das geil. Oh, Treffer drauf. Leider war es verloren. Ich bin frei, danke. Scheiße, mein Ruder. Ich bin weg. Ich bin vier Solo. Oh, das liegt bei mir ganz schön, ne? Ist reingegangen. Leckt es immer noch, ja. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Das ist Shopperbending und sowas ist weg. Ah, die Frame Drops sind nicht da. Dafür hast die Frame Drops. Ah, okay, ja, genau. Ja, wobei sie erst mal, glaube ich, nur das Rubberbending wegbekommen wollten. Oh, aber ja, hängt aber zu, oder? Ich sehe hier einen auf 500. Wirklich, ich brauche noch nicht. Achso, ja, ja, schön. Fünfter Meter, meine ich, entfernt etwa, wenn überhaupt. Nein, ich bin auf weg. Achso, ja, ja, auf 500 Meter, ja, bin ich gekommen, ja. Ja, super, wenn du einfach so weiterfliegen kannst, wäre super. Ja, ich sehe auf meiner 2 Uhr 2 Kontakte. Das sind wir. Okay. Er hat abgelassen. Ja, das sehe ich. Okay. Hörige, ah ja. Jo. Okay, ich schieße gleich. Fünfter. Wir haben einige MG, aber das sieht sowieso fähig aus. Er hat nur noch einen Höhenruder. Ja. 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 Nee, war ich nicht. Okay. 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 Wir kommen noch mal kurz rein. Ja, bin jetzt dahinter. Wir gehen mal kurz vorbei. Achso, wir kommen weiterer Kontakt von oben reingestürzt. 109, alles klar. Ja. Ja, sie waren jetzt so gefördert, glaube ich. Ja, treffern wir rauf. Direkt dahinter, oder? Ja. Ja. Pause. Hm. Du hast ja gekleine neue Karte kommen. Dann raus. 10 Minuten. So, ich gehe noch mal rein. Wobei, der ist drin. Horido. Horido. Ach, das komische Video muss ich mir auch noch raus machen. Ja, das musst du pro Flugzeug immer wieder umstellen. Ja. Ha, jemand hat sie versenkt, oder? Nee, wurde zerstört von. Vor allem diese 9,4, die hat uns auch irgendwie alle zerrumpft. 9,4 Zentimeter, 3,7 Zoll. Tut sich ja weh. Aber das war auch ein ganz guter Stress, dass so viel Flugzeug, so viel Flak am Schießen. Mhm. Stimmt. Das ging eigentlich mal super flüssig. Ja. Ich werde froh, ich habe im Moment, glaube ich, wirklich den Wald noch auf hoch oder maximal, plus die Gebäude, glaube ich, auch auf maximal. Das werde ich noch unter machen, denke ich. Nee, das habe ich schon runtergestellt. Ja, na ja. Alles auf hoch habe ich. Ja. Oh, ne, das ist auch nicht schlecht. Wieso, du, was hast du für eine Grafikkarte? Ne, ne, 79, also... Ja, ich auch. Ja. Aber, ja, aber ich habe halt auch den Rest. Der Rest ist ja auch sowas sehr, sehr aktuell. Ich glaube, bei dir nicht wirklich, oder? Also, ich habe, äh, ich habe Bäume auf niedrig, glaube ich, und Gebäudeanzahl auf niedrig, aber auf Gebäudetail auf hoch. Okay. Ja, gut, hier über Städten oder Industriegebiet oder wenn es braucht, dann ist es ja schon immer prozessorlimitierend gewesen. Ja, ja, klar. Und unten rechts ist da die Option, ne, Fernschatten auf jeden Fall ausmachen. Ja, das war ja nicht richtig. Ja. Ja. Da seid ihr zwei. Ihr seid zu dritt, oder? Ja, wir sind zu dritt, oder? Ja. Wobei ich den Torwartfahrt gar nicht sehe. Hängst du ein bisschen zurück, Torwart? Ah, da ist er ja. Wichter, Wichter. Seid ihr immer noch Richtung Sonne geflogen? Ne. Ja, wir sind jetzt über Reit, so gut wie. Ah. Also, minimal östlich Reit passieren wir gleich auf Hallow, ähm, ja, gerade zehn Freigen. Was, was ist denn in Portsmouth jetzt noch ein Ziel, ähm, diese... Naja, das Ziel ist schon ausgeschaltet normalerweise. Ja, 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 die Schiffe sind ausgepeilt, aber war da nicht mehr, war da nicht auch irgendwie... Ich glaube, die großen Hallen waren auch, äh, zu zerstören, die mit den dunklen Flächern. Hat das nicht alles dazugehört, so Portsmouth, Hafen allgemein? Ja, bei der, bei der Karte bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt, bei der... Guck mal. Ja. Oh, ja, da war wieder ein Rabberbending, ein Gummiband, ein großes. Ja, ich bin gerade in den Menü gegangen. Ah, okay, ne, okay. Das war ich. Ja, ja, okay, okay. Also zwei Gruppen von Schiffen, ne, Ports... Ja, in Portsmouth und dann noch, äh, Fuel, also Treibstofftanks. In Portsmouth selber? Mhm. Ja, cool. Das ist dann für das Ziel. Wir haben einen... Du, du und ich geh auf die Korrette. Er wächst da, wenn ich so ein bisschen. Ja, irgendeine Flakke muss ich erwischt haben, meine rechte Landeklappe ist ein bisschen angesinkt. Weil es könnte zwar die eigene gewesen sein, die schießt auch überambitioniert. Ja, wobei du warst da auch mal über Portsmouth, oder? Ich glaube da ging keiner ohne irgendwelche Kratzer raus. Und da geht grad irgendwer vertikal runter, ne, 109. Ist im Sturz hier bei Portsmouth. So, aber was sind denn die Tanks? Im Portsmouth seh ich noch die Schiffe drinnen liegen, ne? Ja, ja, ist komisch. Äh, oh, ich seh Tanks am ganz linken Rand, da schmeiß ich mal meine Bombe rein, oder? Ja? Ja, mach. Ja. Und da ist grad eine Bombe explodiert. Bombenmäh übrigens. Und noch... Ja. Oh, noch eine Bombe explodiert. Ja, die Korvette ist im Arsch. Okay. Einen suche ich mir jetzt im Bett fest hier. Ah, ich geh noch auf die Halle. Aber da ist noch eine Flakstellung aufpassen. Hab's ja erledigt. Riefenflak ist weg. Ich hab's grad mischen. Vorwärts ist in diese Halle. Vorwärts ist versenkt, vorwärts versenkt. Ja. Ich da. So, ja, okay. Dann ist... Äh, Gistox süd? Hm. Bumm. Wuuuuh. Da ist ne Hurrikan über dem Hafen. Da geht ein Framerate flöten. Äh... Na, 10. Ja, 36 hatte ich jetzt. Ja, bei mir auch. Aber okay, da ging auch einiges hoch. Boah, der fliegt Richtung I-LF-W. Haben wir noch ein paar Tanks? Nee, es dürfte es gewesen sein nämlich an, weil die Meldungen kamen. Ist jemand die Hurrikan, die bei Portsmouth nach Isle of Guides fliegt auf Hallos hin? Äh, Mitte Kanal von Karajah? Ja, jetzt schon über was, also zwischen der Isle und... Ähm, Portsmouth. Okay, go down. Die Hurri fliegt östlich einem hinterher, Vorsicht. Da ist über der Bow Fighter, ist ne Hurrikan. Die Hurri ist jetzt an einem, äh, Mitte Kanal in der Lisa, der eher ein bisschen westlich geflogen war. Sorry, westlich. Ja. Über der Bow Fighter, da ist ne Hurrikan. Bist du, ich bin leider ein bisschen weg, äh, Freiberg. Ja, ich hab noch ein Stück hinter. Ja, ich bin leider in deiner 6. Weil es dauert ein bisschen, du fliegst leider genau von mir weg. Ja. Bist dran. Ja, wenn du die so guckst, wenn du die so guckst, ja, wenn du die nicht so viel, äh... Ja, oh Gott, jetzt nicht mehr entgegenfliegen ist auch nicht gut, ehrlich gesagt. Ja, du machst natürlich nicht mehr, das geht schon. Häng gleich dahinter, so ist super. So ist super, ich häng da hinter. Hänge, hänge, halte durch. Ah ja. Boah, fuck. Der Rucker ist doch, glaub ich. Ah, fuck. So gut, aber wo stehst du? Ähm, wenn du jetzt grad losgerollt bist, stehst du jetzt auf deiner... Ja. Äh, Tui, da kommt noch ne flische Hurrikan zu euch dazu. Ja, Mixer, der Spittygras rein, danke. Du stehst grad Vollgas? Ja. Oh, was war das jetzt? Einer hat gerammt. Oh, weggerammt, ne? Das hab ich aber gar nicht gesehen, wer die gerammt hat. Der Luftverfahren ist... Danke dir, Tui. Ey, wir haben noch ne Spitty, oh, fuck. Ja, ich bin noch ne Spitty dran. Weiß bitte. Oh, einer in der Hörige hängt da... Nee, hä? Wirklich? Oh, ja, das ist ne Hurrikan und ne Spitty hier. Oh, da hab ich meine... Ja, kann jemand was machen? Ja, Harry drauf... äh... Spitty drauf gehen, links, rechts, oder? Ja, ja, ich hab die ja dran. Okay, ich versuch da ranzukommen, aber ich bin noch ne Kilometer entfernt. Vorsicht, Spitty kommt auch dazu, mach was mal. Jo, bin erstmal frei. Oh, Spitty ist dran vorbei, Hurrikan zieht dir hinterher. Ja, ja, ich weiss, aber es ist krass im Moment. Geh mal über Lisa, geh mal über Lisa. Ne, ne, über Lisa schneidet sie, das kann ich nicht machen im Moment. Irgendwer schießt auf den Harri. Ah, Kota, Luft kommt voraus. Oh, jetzt muss ich was machen. Kommen wir nicht schaufschalten. Kommen wir weg, ja. Weg da. Da hängt er. Ah! Er kommt mit dazu. Schlau, jetzt hat sie mich erwischt. Dauert alles zu lang hier. Schlau, jetzt hat sie erwischt sie immer noch. Was ist denn da los? Okay, Harri bricht weg. Ich hab keine Dicken mehr. Geh jetzt auf die Nichtwasserziehende. Ja, weg zu. War aufs Heck gegeben mit dem GS. Er ruft noch immer hier, um... Ah, ist das. Da rein. Ich schlurz jetzt rein. Geh mal rein. Ah, weg zu. Die muss... Die muss auch... Die muss auch kurven. Naja, was anderes kann er jetzt eigentlich nicht machen. Ist sie dich? Naja, brauch nix. Mach nochmal ein Loop, geh nochmal rein. Bauchner 109 ist dahinter. E1. Ich verziehe einmal. Ich verziehe einmal. Ich verziehe einmal. Vorsicht, Wasserziehende, Harri ist noch immer hier. Ach. Gibt's ja gar nicht, ja. Oh, der Matthias hat seine Crossfans bekommen, ne? Kann man in der Sturka die Tür im Fußboden gar nicht aufwachen? Doch, musst du mit der Maus an so einem Reit gehen, also. Bombenklappe öffnen. Oder Luke öffnen. So was? Gibt's. Gibt's da hier noch eine Hütung? Ne, ich glaub mich hat die eigene Flak erwischt, die. Fuel Tank, Tiny Leak und Magneto Failure. Mhm. Watt. Da ist weit und weit keine Feindschiene. Also die biegen nicht mehr ab. Das hatte ich auch schon mal vor Bologna. Die hat mir dann auch Wasserkühler und Leck geschossen. 8.8 war's. Wahnsinn. Ja, ich bin gerade an der Speedtrain gewesen. Das fuhr er mir dann in den Boden rein. Ich glaub deshalb hat die... Oh, ich scheiße, ich ziehe eine Hurricane aber hier. Wird schon von der Flak bespast. Die zwei fliegen immer noch, ne? Das ist eigentlich ein bisschen lächerlich. Ja. Kann mir jemand helfen? Hm, wo bist du? Gleich bei Sanddown. Ah, bin ich dann? Hey, ja. Mir fehlt auch eine von den Landeklappen. Ich sehe eine 109, aber die wird nicht verfolgt. Ich bin gleich bei Sanddown. Stell mich einfach bei Sanddown auf und... Ja, ich bin dann drüber, ja. Ja, ich komme vom Osten. Osten. Ah, ich bin langsam anscheinend wegen dem... ...wegen dem Schaden, den ich genommen hab. Ja. Kommt mir sogar die scheiß Halki hinterher. Eine 109 schießt schon. Hurriken interessiert das überhaupt nicht. Das sind die gewohnten Suizid-Piloten. Entweder sind sie so restripliert oder blöd oder beides. Jetzt hängen schon wieder 300 Meter hinterher. Hurriken merkt man nix da so. Jetzt sind das wirklich für Autisten, die da herumfahren. Den läuft der Speicher aus dem Mundwinkel. Ja, wirklich. Ja, ohne Scheiß. Die sind doch aus einer Behinderten-Werkstätte entflogen. Hanna, ich muss Kee machen, Kaa. Ja, ja. Ja, ich kann nie. Wie im Ring des Sub aus dem Mundwinkel. Wenn wir uns erkrisch sind, wäre der Geist des Akkabatis. Ja, wenn es ihn mal abschießen würde. Also die Leute, die in den Behinderten-Werkstätten, die haben eigentlich basalere Vorstellungen. Ich hab auch mal mit einem gesprochen, der meinte, er hätte gerne einen guten Job, eine blonde Frau und ein rotes Auto. Ja. Krieg mal eine klare Zielvorstellung, was? Ja. Mach dein Tiffany-Gas-Anhänger, Felix. Das mit dem roten Auto könnte ja klappen. Oh, das sind da... Okay, das ist so ein... ...Bong-Zündurch-Pilot. Das zeigt Felix. Ich muss jetzt... Ich brauche das auch nicht. Ja, hat Spaß gemacht. Ich will jetzt mal landen. Ich hab hier die ganze... Boah, mit der Flak überhaupt, da ging so 20 Frames. Ja. Seh ich jetzt gerade über der Stadt. Ich seh hier einen Kontakt. Da ist auch eine Flak mittlerweile hinter mir. Angehend. Ich seh die Flak schießen, ja. Scheiße, Fluchfehler. Ja. Welche hallo? Ich bin jetzt hallo 0. So, jetzt sehe ich die Flak zu. Ich fliege über der Stadt, bin jetzt gleich über Wasser. Und ziehe es wieder stramm hoch. Ja, Viktor, Kontakt gesichtet. Jetzt war ja beschossen. 109 stürzt nach hinten rein. Da kommt irgendwas tief übers Wasser geflogen. Was ist denn das? Von wo? 109. Nein. Es gibt die Hartwasser. Ah ne, Hurricane haben wir noch hier. Hurricane. Tief. Geht jetzt gerade hoch. Häng mich nach hinten. Mach jetzt einen Loop hinter ihr. Kurft. Lisa. Lisa. Bitte ist abgesprungen. Ich hab sie getroffen. Motorbrand. Weiter mal rauf. Sie weg. Pilot getötet. Eingeschlagen. Hoido. 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 Jetzt kommt sie aber übel. Oh, die Flaggbumste. Ja, sehe ich. Jetzt gehen sie runter. Weg von der Küste. Ich glaube, die hat sie erschrocken. Ich sehe sie. Ich komme von unten runter. Ich komme von unten runter. Ich fall gerade nach oben. Ich bin dann auch raus für heute. Macht's gut. Na, ihr werdet schnell. Ups. User disconnected from her channel. Oh, hier ist die Flagg. Alter. Richtig. Du. Richtig. Jetzt ist sie beim Leuchtturm. Komm, schießt die Flagg. Aaaaaah. Sein vor. Da sieht aber auch alles rot. In dir drin ist alles rot. Wo will denn die 109er hin? Ah, da ist Spiddy. Da ist Spiddy. Da ist Spiddy auch noch mehr. Oh, jetzt ist alles rot, ja. Oh, immer noch rot. Oh, ich sehe nichts mehr. Ah, die sitzt an einem Eck. Fliegt jetzt wieder Richtung Isle of Wight zu. Ne, das ist keine. Was? Das ist eine Buh. Eine Buhfighter. Wo ist sie? Wo ist denn die? Was ist das? Ne. 110. Man. Die waren noch bei Celsi? Ne, überm Wasser. Überm Wasser. Zwischen Celsi und Ryder. Auf. Hallo, 10. Alles gut. Interessant. Macht Bock. Kann man ein bisschen bolzen. Weniger Sprit mit. Oh. Da schießt die Flak direkt wieder am Platz hier. Wo die E4Bs. Harry Kane hängt da noch 109. Weißt du das? Direkt an der Spitze, gell? Ja. Ja, ja, ja. Ich halte ein bisschen. Ich halte die Flak-Wolken. Und die Flak-Wolken, ja. Ich halte mich mal kurz. Das da hier, da sind zwei Faltmaschinen mindestens am Platz. Warte ich vom Platz? Äh, oh scheiße. Ambridge nehme ich an, ja, da wurde gerade gestraved oder zumindest erschossen. Da ging ganz tiefe vom Platz drüber. Harry, glaube ich. Naja, irgendetwas abgelassen, die geht unter, glaube ich. Oh du. Es sind aber noch mehr Maschinen. Stimmt. Aha! Wittfire, hängt sich gerade an 109 im Scheiß vom Auflassen? Ja, jetzt bin ich. Ich bin mal bei Rolf. Ja, jetzt klar. Ja, der Stub ist frei. Ende. Bringt der Hinter. Da ist es klar. Heißt du? Entschuldigung, wir brauchen, hier. Läger! Ja, komm! Beksegnung! Er hat dom, ich bin der, Frau! Wettbewerden. Ja, ja, ja. Na, ja, ja. ich glaube der ist jetzt hinter sich ja ich gehe nochmal ran hängt immer noch bin ich nicht naja das mache ich aber der ich glaube der ist aber durch ich bin schon leer geschossen ich muss mal ein Fenster oben machen die Flak ist ja krass das ist geil wenn man in der Flak sitzt und die Flugzeuge noch über einen drüber brettern dass sie stark haben eigentlich kennt ihr diese Aufnahmen von diesen Flugzeugträgern wenn die Kamikaze flieger drauf zu fliegen ja jetzt noch ne Harry bei SPD und ne Harry bis jetzt da wurden die Flak schießt wie blöd ja ja alter hier ist ja Katastrophenzustand ja 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 das ist ein Bo-Fighter oh ja 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 das ist ja 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 aufgeben ा Ich glaube das ist 2 Rot hinter der und der 10er zurecht nicht mehr ab. Ich habe höhere Frames, wenn ich mehr Bäume reinmache. Wie kann das denn sein? Ich bin leichter wenn ich mehr esse. Das ist Pity 110, die gerade eine Rolle gemacht hat. Aufgeben. Wurde die E4 eigentlich schon geliefert? Ja, E4P meinst du? Nee eigentlich meine ich wirklich eine E4. Dann weiß ich nicht was du meinst. Irgendwann dachte ich würde auf die E4 geliefert. Frisches Pity der Lisa der 109, die gerade die andere geschossen hat. Aufpassen im Steigflug. Aufpassen im Steigflug. Fängt. Aufpassen im Steigflug. 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 Aufpassen im Steigflug.